Um einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, dass wir nicht sind. Um einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, dass wir nicht ausdrucken, dass wir nicht ausdrucken, dass wir nicht ausdrucken. Um einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, dass wir nicht ausdrucken, dass wir nicht ausdrucken, dass wir nicht ausdrucken, dass wir nicht ausdrucken. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!